was wollt ihr du bist ja ja auch kein holz mehr in der nähe also können wir den holz will er jetzt einreißen ist was was wollt ihr keine last hätten wahrscheinlich schon viel früher mit der nahrungsproduktion anfangen sollen also nur soldat speer keine ahnung warum das ist ein hinterhalt die linien müssen halten die golem angriffe die reißen nicht ab also wir können schaffen es die golems einfach kein geräten angegriffen wie kann ich dienen danke vor allem wenn ich alles immer weiter verstärken nicht euch ich will euch hier drüben was wollt ihr wirtschein hütten ja ja ist was schon dabei was jetzt lasst uns lieber krieg führen da ist einer durchgekommen das gebäude ist fertig wie kann ich nicht schon da ich gehorche sofort sofort ich heile meister ja hier kommt die golems einfach nicht durch gut ich bin müde aber der nächste kann sein eine wildschwein zucht errichten lasst uns lieber krieg führen lasst uns lieber krieg führen das kostet nur lenien verbesserung ist fertiggestellt verbesserung ist fertiggestellt jetzt warten wir darauf dass wir genug holz für den letzten haben das kostet nur lenien hier bin ich ja ja meister repariert mal den turm was wollt ihr ja was wollt ihr ja dann werden das immer mehr golems so kann ich mit kollenschnitzern anfangen oder ja die sind ja auch groß und brauchen arbeit immer nur arbeit das gebäude ist einsatzbereit das gebäude ist einsatzbereit das gebäude ist einsatzbereit meister gerne so euch schicke ich mal hier oben das hier auch noch stein abbaut hier bin ich meister habt geduld meister aber ja es ist noch ein weg hier durch frei wo sie nachher der rock die tat durch quetschen kann so noch ein keulen schnitzer die eisernen haben zum lück ihre eigene art und weise amok zu laufen hier deswegen ist es nicht so das problem so als nächstes schmieden wir mal was wir mal was schon dabei wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben den die geistenbrecher die geistenbrecher sind creepy also nicht nur weil sie irre was bringen sondern auch weil sie creepy aussehen mit dem augen oben drauf so noch eine schmiede ach errichten wir hier eine vorsicht gegner und da kommt die nächste kompanie golems an so in der schmiede könnten wir hier auch ein sinnloses upgrade machen die bis 15 15 bis 20 he 7 bis bis Das Gebäude ist einsatzbereit. So, Feno-Schamanenhütten. Zwei Stück und dann haben wir alles. Das einzige, was uns noch fehlt, ist mehr Eisen, aber das Eisen sieht eigentlich recht gut aus. Oh ja, wir können das Upgrade machen. Verbesserung ist fertiggestellt. Ich muss den schon mal rufen. Unser kleines Haupthaus ist hier unten. Hm? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Dann werdet ihr euch auf den Avatar fokussiert Wird ihr weggepfallert Wollt ihr alle da oben hin? Meister Gerne Sofort, sofort Das ist ein Hinterhalt Sofort Wo können die sich am besten sammeln Hier ist ein großer Sammelplatz Können wir jetzt ja schon mal mit Veteranen anfangen Und unseren Ork-Titanen mal holen Wo ist er denn? Da? Ja! Geht euch vor! Geht euch vor! Die sind echt zu nichts gekommen hier Oh, da kommen Eiserne jetzt auch auf die Verteidigung Angerannt Wo ist es denn? Die Verbesserung ist fertiggestellt Ja! Die Verbesserung ist fertiggestellt! Die Verbesserung ist fertiggestellt! Vielen Dank.